Früher war alles besser, oder? Nach der Finanzkrise wurden die Banken von einer Welle der Regulatorik überrollt. Die Umsetzung der neuen Regeln ist ein Kraftakt. Aber sie birgt auch neue Chancen. Die Digitalisierung des Meldewesens öffnet Wege. Quer durch Europa. Rund um den Globus. Dabei tauchen auch neue Fragen auf. Wie verändern sich die Finanzmärkte? Wer sind die neuen Player? Welche Rolle spielen Kryptowährungen künftig im Meldewesen? Welche Bedeutung hat künstliche Intelligenz für unsere Zukunft? Werden wichtige Entscheidungen bald von Quantencomputern getroffen? Immer mehr Aufgaben sind zu bewältigen. Und das immer schneller. Wie schaffen wir es, uns von den Anforderungen nicht überrollen zu lassen und die Veränderungen in all ihrer Komplexität sicher zu beherrschen? Lassen Sie uns die Herausforderung aktiv annehmen. Und das Meldewesen von morgen gemeinsam gestalten. Mit positiven Verbindungen. Einfachen Lösungen. Und offen für alle Veränderungen, die noch kommen. Mit positiven Verbindungen. garbage b complicatrisches. Bis zum nächsten Mal.